hello und willkommen bei dark souls mit dabei der mike im discord wo sie dazu sagen weil sie denken immer dass du mitspielen kannst also ich wäre ich wäre froh wenn du mitspielen kannst ja ja weil also der hier ab und zu mal eine pause hier ja vor allem einfach viel lust weil wir auf das game das ist es ja und ja aber wir weihnachten weihnachten werden es auf jeden fall machen ja bestimmt ja dass da habe ich zwei wochen feiern muss auch ein paar tage und dann müssen wir auf jeden tag noch gas geben so wie ich fühle mich familie und so ein scheiß also sie können jetzt hier hingehen schau das verstehe da glaube ich ja aber das ist eine sache wollen wir die versteinerung hier lösen oder dorthin die versteinerung bei der anderen auf google schwein ich mach gar nichts ich bin doch nicht hier was bin ich denn hier was bin ich denn hier war sehr nice von mir so also hier bei euch hingehen eigentlich weil wir da nicht hin oder richtig richtig wenn wir dir keine fragen wird so spielen ich schaue nur zu kommentieren wer hat sich die scheiße einfallen lassen mit mit diesem hier stehen lauter versteilte statuen rum ja ich so du warst du kleiner sonst auf der schasse so lecker hopfenblüten tee immer wärst du sprichend deinem oder was davor schon sehr gut gemacht einfach ich war ein loch ich wollte doch ich bin mal kurz ich hole mir die lachse als einziges raus alle wie oft du krepierter ist aber ja 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 das ist schon ok gold hat uns gold hat das ist die steigung von hartz 4 ist wirklich hartz 5 sein gold hat da kriegst du dann vom arbeitsamt zu eine bestimmte karte haben wir da haben eine hartzahn goldzahn ok what what is happening aber man kann nicht also man kann nicht von hinten steppen ich glaube das ist das faszinierend dass man das so massiv ist dass der fährt oh gott alle mal die kurze was du was du denn hab die boopie wie du war aber die boopie habe ja versuchen stoß und dein geheimnis ja genau das ist das schmied unten rechts bei der tür oh mein gott du meinst dann ist der schmied der huso schmied nein doch nicht sowas triffst du auch mal ja ist mit dir los er hat gerade nichts getriggert das anders gesehen das sah ja so dass du einfach kerbehindert es war wirklich kerbehindert ja komm du hast dreimal daneben geschlagen ganz riesen zählen oh gott ey really oh my gosh ja so ist das leben jetzt ja ich habe mich leider hier feiern da musst du aber nicht mehr schlack was um um sechse wie fluss jetzt 20 nach fünf hatte ich auch auf weil ich schnauze so viel dicker hat man da echt verstehe ja okay also hier geht es irgendwie rund aber nein ich springe noch nicht runter so mike wir müssen leider ich glaube dass man diese wurzel extra bekommt dass man hier auch weiter spielen kann es ist bestimmt auch mehr wege jetzt immer nix okay also pass auf ja gehen wir mal diesen turm rein was ist hier was ist für leiter also da kann man warum kann ich da nicht hoch aber du kannst bestimmt wo ist das ja weiß ich weiß wo gewählt muss ich schlagen damit sie sagt ja macht das mal bis das ist voll gut dann habe ich gehört jetzt ist zu ärgern das ist hier unten also hier ist der da ich da komme ich her also sonst gibt es nix immer hier das label dann nothing da nothing naja was ich meine ist das ist schau mal da was ist das links da da kann man nicht hin oder wie links nein du bist so ein orientierungsklaus wurde links da ja was mit den zwei typen da ja ja schau die gehen dorthin ich zeig's dir ja ja schau ja zeig's mir ja geil gib ihn nochmal alles vorsichtig das ist keine Ausdauern mehr okay das hat sich den Arsch ist es vorsichtig keine Ausdauern nein okay kommt einer mal kassiert scheiße so jetzt da gehe ich nicht hin weil er in Luft fliegt was ist damit da ja hier was ist das ja hier was mit dem was kann der ja mach nein wie ja nein mach ja nein ja was nicht sag du's mir ja ihr habt keine Ahnung wir können Luftzweig bei drei verschiedenen Staten benutzen bei ihm bei am Anfang Tutorial wo die frästigen Forscher sind also ich glaube der das richtige ist ja der richtige Weg weil das Problem ist und du glaubst dass ganz am Anfang der Weg mit diesem Hebel falsch ist ja du machst das am Anfang und es ist eine deutlich schwere Ebene was machst du dann? dann bin ich gefickt richtig dann würde ich eher hier aufmachen okay oh man ich lebe wieder danke euch Fremder aha geil gib ihn feindliche Horde dank Bösewichts das hört sich nicht gut an mich hin nicht? ich find super ich glaub das hat einen Sinn damit wir hier nicht hingehen oh shit fuck ach du scheiße Michi schau wie viele ich sind ich weiß du hast mir auch gespielt keine Angst ich wusste was kommt nicht zu gierig werden äh ich mach gar nichts außer mich zu heilen und sterben ja ja du wolltest mir mehr Schläge verpassen als wenn ich aufhören soll ho jam ha 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 ah eskalation fight nein ja heilen heilen gut diese gut Königsbrugschwirt links von dir ist aber schon ja das haben wir schon das war das ist ja schon ja es ist schon klar dass du acht ja komm eine intravenös weißt du schon dass sich das überlebt hat nur aus glücker lack ja also ich glaube dass wir mega falsch sind findest du bin ich jetzt nicht fast das ist jetzt schwer die die horde doch halt dass ich verarschen wie viel sind es für den uhr im selbe 2 nein nein ich werde es abhauen es muss besser gehen man merkt schon dass ich konzentriert bin oder ja also ich bin mega konzentriert uns bringt mensch heißt so da ich noch nicht hin über die leiter als herunter da war es glaube ich jeder mich dunkel ist das ist noch mehr oder das ist noch ein stockwerk wir haben das auf diesen stockwerk guck mal hier um ah ja ja aha na wachen ahhh ahhhh ahhh i hate i hate was na ahhh was ist da unten nein da geh ich nicht hin wieso warum gehe ich nicht dahin dahin okay ja du spitz ich schaue zu du weißt dass hinten scheiße so ich weiß gar nix you know that is shit was ist er hier das ist ein gegner das ist ein hebel hebel tor gegner mehr gegner was ist hier nein oh mein ich mag nicht ich mag ich wollte lesen ich wollte es einfach das ist ein schöner rechtes zu machen ach jetzt kann ich lesen umschalten auf y zwischen nachricht und aktivieren ach so ja wer sagt mehr sachen die aus die haben sich die gefängnis denn verpüßt nach und nach also links und rechts in jemals gefängnis zahlen ja ja und das ist der lehrer nun 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 fuck it suck it i don't like i don't like who is this motherfucker ah ah hier take this nein ja fuck it jetzt noch machen können scheiße ich bin zu langsam mit dem rollen ich weiß nicht was los ist ich muss oh Gott ist das ein Falschstopf? gib ihn, gib ihn nein der ist nur noch ich versteh dein Angriffsmuster nicht oh oh nein komm wie die aushalten ja beide auf einmal ist klar okay jetzt muss ich die Steine aufheben ne, jetzt sterbe ich ihm fuck, johann klingt da schönes vorn ey ich glaube der kommt böse aus ich glaube wenn du da dagegen rollst dann kommt der raus das ist ein Gegner ich will klatschen klatschen ja klatschen ich laufe es dir ich geh jetzt erstmal hin da geh ich nicht das kann ich hier nicht durch schau wie sie alle da rummuseln ich hier, es gibt einen Grund warum dieser Marfuck hier ist ja, das ist wir haben 6000 Seelen ja dann geh zum Leuchtfeuer ja, denk ich mir auch kann man auch mal oh scheiße ey, jetzt der ist geil, kennst du ihn schon der ist gut, gell der ist echt gut der ist wirklich der ist very nice so, was haben wir 18 Minuten noch to go, ja dann hallo noch schnell was schauen oh, ich hab mir was vergessen aufziehen Lebenstein er ㅎㅎ ja und so abkürzungen ich habe gerade die titelnitscher geholt er sei dir erlaubt so nicht dass wir sagen es gibt kein zurück okay wie Es geht wirklich nicht zurück Geil Du kannst einen Heimkehrknoppen nutzen, wir haben doch schon so viele Oder kann man über die Fenster da Ja, kann man Ich glaube, das geht nicht Ich glaube, das geht schon, ja Da hoch Oh, scheiße Ja, und da hat er Ach, geh Ist das ein Dreck, ist das ein Dreck Okay, also Man kommt den nicht wieder zum Leuchtfeuer Das ist wieder ein neuer Witz Ja, aber den willst du nicht benutzen Das musst du mir sagen Das sind ein 6000 See Boah, ich bin so wütend schon wieder, ey Was ist denn das für eine Scheiße, ey Oh, ist das ein Dreckenspiel Ne, ist das ein Dreckenspiel Also wirklich Hut ab Also, dass man immer mehr zurück zum Leuchtfeuer kann Das ist selbst die Dark Souls-Verhältnisse Richtig dreckig Vielleicht gab es einen Weg, den wir nicht gesehen haben Ist ja egal Am Leuchtfeuer-Rassen Machula Ja Cicurva 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 Dupe Star Ja Dupe Star Dupe Babca Du Glatzer Dupe 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 Genau Wo gehen wir jetzt hin? Was haben wir jetzt rein? Stärke Wichtigität und Stärke Einmal so, einmal so Aber wir haben doch Seelen die wir beballangen Haben wir so kleine Seelen so viel? Haben wir? Jaaaa Mach mal Wir müssen in die Kirche rein Wieso musst du beten? Das ist zu viel Okay, wir machen das 2.000 ist jetzt zu viel 2.000 Ja Ja Etcher her Etcher her Blablablabla Blablabla 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 Vitalität zweimal Und dann bleiben 1.5 übrig Okay, Big Daddy 1.5 ist aber auch nicht wenig, ne? Das ist das Problem Wo ist eigentlich unsere Kiste? Äh Da? Nein Gebensteinskiste Da werden wir die ganzen kleinen da Das ist der ganze kurz da Weg damit Ja Die Postel, weiß nicht was Oder Ah, ich muss kurz So, hier ist da hier Nehmen wir hier Benutzen 800 Benutzen Uh, die war groß Nimm eine Oh ja Jetzt können wir zweimal aufsteigen Echt jetzt? Bei sieben müssten wir zweimal gönnen Ah Ich kann zweimal bei ihr Ja Haut hin Passt Wo? Haben wir rein? Äh Stärke und Vitalität Oder Ausdauer und Stärke Ich gesagt Stärke und Kondition Ja So gut Oder? Alter, schau das Mann, hey Ausdauer Ja Von 06 auf 08 Das ist schrägig Aber wir kriegen auch ein bissl körperlich Ja Und Das Leben Keine Ahnung, das ist echt gut Ist schon ruhig, gell? Das probiert, das wir vergleichen mit Trefferpunkten Ich weiß nicht, wie das da Was die da denken Das war auch ruhig Ja Belastung, Tim, ein bisschen mehr Treffpunkte zeug Ja, wow Drei Wow, wow, wow Ja, wow, wow, wow Wupsi Okay, also wir machen Kondition Ja, komm Ha, 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 ha Ja, spritz, hm So Also ich habe gesehen, diese fetten Die sind eigentlich nur deshalb, äh, die dürfen nicht anschießen Ansonsten ist alles gut Wenn ich anschießen, ja genau, die hier Wenn ich anschießen, dann ist, äh, failure to the king Dann ist Ja, geil Haha Ha, ha Ah hier Ich habe gesehen Fuck Ah, I kill all You see that, I kill all All dogs are dead I dropped dead Was heißt fast auf englisch Barrel Ah, Barrel, genau Ah, drop the Barrel Ah, and you, fuck you Ah Ja, genau, Alter Was hat der denn für ein Rage Rage des Todes Ja, also Ich bin sowas von Ungeduldig I fast fucked up Ah I need no heal Will I get a ring of my eggs Oh Gott, das dauert lange Bald bist du vollringert Yes, of course Ah, scheiße Michi, wo ist die alte hin? Da waren alle, ne? Ja Ja, wo ist die hin? Äh Warte, ich schaue kurz Als admin rein die Konsole Sie sind hinter dir Und bereits schon ihren schwarzen Annaldi Nur für dich vor Ja, ich hoffe Ja, extra für dich Feuerball in dein Gesicht Ja, genau Ey, du Urheil Scheißkinderler Ich muss ihn angreifen Weil er stunnt ihn Wenn er diesen Feuerball vorhat Oh ja Der muss gut gewesen sein Hat's dir geschmeckt? Ja, mega Haha, dann nimm du Spaß So Da geht's auf jeden Fall Mega ab Da geh ich nicht nochmal hin Aber erst mal Ich kann ja auch da hingehen Aber da war ich schon, da geht's nicht weiter Richtig Den Weg kann ich mir ja nicht total schenken Oh Oh Leck mich doch Das mach ich nämlich wie Diese Dummen Explosivfässer Wer hat sich das einverlassen, hä? Ich find's super lustig Ja, mega Das Ich find's auch lustig Ja, das ist Und jetzt hier I'll suck it I need five soldiers here Ah 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 Oh Leck Ich bin so gefickt Ich bin so am Arsch Ah Ha 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 Was ist denn schon eine Rolle? Ich weiß nicht, wie ich da hingehen soll Ich weiß nicht, wie ich da hingehen soll Das ist schon ein bissel abfuck A little bit Ja Also fünf von denen ist schon echt ein sportlich Das weißt auch du jetzt also Das ist Ja Also fünf ist schon wirklich Ey Okay Nein Ich bin am Arsch Oh shit Ich bin runtergefangen Ich hab's gesehen Was passiert also, wenn man da Aber dagegen Ah, schade Hab's da noch lebend raus Klar Ey Es geht ab Aber der Typ kann klettern Er kann klettern Ich komme Chris Ich komme Chris Ich komme Chris Ich bin der Chris Oh, was ist das? Ah 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 Mir kommt das sofort wie so ein riesiger Mittelfinger, der einfach so aus dem Fenster noch zu dir kam Okay, die klettern sich da unten gegenseitig So, jetzt reicht's Hier habt ihr Ja genau Fuck you Suck it Der Typ schießt kein Befallbein, aber ich hab' versucht Und Uuuuut Ich bin ja echt tot Fast Ich werde uns ins Eck gehen, nach rechts Oh, er macht lenkende Scheiße Geil Ja, wie oft noch, ja Das ist nicht gecheckt, dass das Ding hier Suck it Ja, du hast gerade Suck it bekommen Aber vom Feinsten Ja, das war schon geil jetzt, ja Doch, hat mich zum Schnaufen gebracht Da muss ich schon lauter durch meinen Nasen durchatmen So, okay, also Wiederholt Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soweit Ich kann nicht gleich diese Scheiße Wo ist denn deine Seelen eigentlich? Da Ah, da Ja Ja Das Problem ist, der da macht mir auch Suck it Wenn ich jetzt hier durchgehe so Oh, du kommst echt nicht da Also hier weg, ja Oh Gott Boah, ich hab auf das Boom gewartet Ja Oh, leck mich aber schon Also ich habe nicht gerade die Aschkarte Aber so richtig Ich muss hier durch Okay, ich bin tot Ja Ich bin tot Oh shit, Alter Also ich glaube, dass ich Ich, ich, ich Ich treffe heute keinen grünen Zwerg mehr Okay Also das ist Ja, also ich steppe hier am laufenden Band Ich weiß Ich sehe es Ich glaube auch nicht, dass du es besser machen würdest Doch, doch Ne Ich bin ziemlich gut eigentlich Ich habe so richtig Ich habe so richtig schöne Internet eis Richtig schöne Schwere, weißt du Ja, du bist so ein Drachenlord, Scheißer Ich bin unbewegbar Ich habe sechs Jahre Kampfsport gemacht, ja Ja Ja, das stimmt alles Er hat nicht nur sechs Jahre Kampfsport gemacht, er war um das verschiedene Fitnessstudios und das heißt, dass er auf jeden Fall stark ist Ja, ja Ja Ich kann auch besser Auto fahren, weil ich bei sieben bestehenden Versicherungen angemeldet bin Ne, ich kann besser Auto fahren, weil ich bei sieben Fahrschulen durchgefallen bin Alter, unbesickt auf ewig hier Das ist ein Spack, ey Lügenlohn Lügenlohn Nice Lass mal den Arme reinhören, der ist halt so geboren worden Ja, man kann die nicht steppen, kennst den schon? Steppen Achso, ja Alter, da hast du das abgezogen und den letzten Schlag Ja, geht doch, überall ein bisschen aggressiver spielen Ja, Lügenlohn Lü, 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 Nü D Kurdistan Ich hab keine Invasionen auf die man, ohne Scheiß Musst du aber Kann mir auch dazunehmen, kann doch nicht, ne Jetzt habt ihr kassiert, ihr Fotzen, Alter. Aber so richtig. So, was ist jetzt mit ihm? Schauen die an. Aha, er kommt zu mir. Echt jetzt. Und? Der Gesicht. Boah, ich zog glaube, wenn ich das Tommy-Stick mache. Der noch ein. Ja, diese Range, Junge. Gibt den Gegnern halt Mega-Waffen, Alter. Mach's. Also ich finde, ich kann langsam nicht mit dir lachen, Alter. Echt, weil es einfach so klares passieren wird. Also ich bin so... Jetzt wurscht es mich, ich kann hier nicht lang gehen. Ich kann hier nicht lang gehen. Da kommen fünf Typen, ich schaff die nicht. Dann hast du ein Problem. Nö, 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 nö. Jetzt sagen wir uns, wir müssen das anzubringen. Was, was? Bandbomben. Das ist, glaube ich, das ist der Shit. Ich habe eine gute Nachricht für dich, ja? Was? Irgendwann bist du so oft hier gestorben, dass die gar nicht mehr spawnen werden. Du kannst mich zu am Arsch lecken. Oh nein. Das ist doch wahr. Sehr schön. Der Typ hast du es gezeigt. So, ich nehme jetzt erstmal hier zweimal Feuerbombe. So, kommen da schon die Ersten? Nein? Ah. Ja, jetzt höre ich sie. Jetzt höre ich sie. So. So. Scheiße. Oh, leck mich am Arsch. Joll. Okay. Ich glaube, so schlecht war es gar nicht. So schlecht war es gar nicht. Ja. So ungefähr. Okay, jetzt können wir die nächsten zwei. Okay. Was? Was? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Was? Michi. Oh. Ja. Ja. Ich höre dich. Der Telefon ist noch an. Ja. Also, ich habe mich jetzt zurückziehen, eigentlich. Boah, das ist so schön. Das ist die zugegangen. Oh, shit. Ha, ha, ha. Ach, so, ich möchte nicht mal sehen. schau mal dich in gefängniszellen um ja ach soll ich ja vielleicht ja noch gegner noch mehr gehen ja ja bitte ich werde fast eingefallen oder ich werde fast so ja ich weiß nicht du bist du bist schon kommst du dich im echten leben durch die welt sogar nicht alles zu kein schimmernder lebensstein ich habe das stärker als der normale aber ja hört sich so an sherlock ich kann auch reden du scheiße ich hätte ich gehe dann nicht durch alle ich gehe dann nicht durch aufgeben wenn das schon heißt aufgeben mich das ist total nice du kannst nicht so anders sind du musst ja das habe ich mir fast auch überlegt das einzige was doch ist ist okay nein ich dachte ja die aufgemacht was macht er mag das inventar anscheinend ist also es ist zu meter an südländischer nix und ich mal das ist du vorgesagt hast hau ja schlatsch die typen das wasser heißt ja ich schweren er ist oh la la er geht in die wäsche ja der will ja an deines brutum schau hast du gut gemacht das war ein schucke was bist du für eine wanzig hier mein zimmer hab ich gut gemacht gut gemacht ja wie sie hörst du nicht auf mich so wir haben 5.8 hören wie soll ich schweren habe ich gerade einen timer eigentlich ja aber aber ja ich muss jetzt hier noch ich bin hier so open field so so eigentlich müssen wir jetzt hat da unten gibt es nichts ja also es gibt jetzt zwei möglichkeiten zu machen der nebel ist loch was sagst du ich sag loch oder ich hab auch loch loch ist immer gut ja die aufnahme dauert ein bisschen länger ja die ist unterhaltsam ich will mich unterhalten danke dir du bist ein sehr guter entertainer auf jeden fall ja ja super stefan rap ist nix gegen dich hier sind lauter blutlaken alle als ob hier irgendwas positiv sein wird gleich da ist so einiges positiv du bist doch hergekommen da waren wir schon ja also nebel boah shit wenn das kommt was ich denke was kommt dann wirst du gleich kotzen also okay also lassen wir es bleiben oder ja ich wirst wissen ja aber schau mal 6000 seelen wieder ja was willst du machen schon wieder nicht heim porten ja aber das problem ist gern wenn ich bis ich mich da durch klatsche wieder hierher habe ich wieder 6000 seelen ne ja ich weiß nicht was der plan ist ich hab gar keine ahnung ne aber du hast schon recht also wenn ich jetzt wieder zurückgehe dann bis ich mich hier durch bombe wieder habe ich wieder 6000 seelen dann wieder heimkehrknochen oder was ja das ist echt scheiße du hast schon recht es ist eigentlich fuck das ist eigentlich ein fuck du musst es ausfinden aber ohne hier jetzt hier das hier das ist jetzt schon krass also was ich jetzt mache wenn ich nicht ich heize jetzt hat 6000 seelen in den Ofer rein ja aber das ist Daxholtz hm ne ich weiß nicht ob es den alternativen geht bei unten bei den Hunden beim Schmied ist das Tor ja zu gewesen also du ein hast du einen Plan von dem ich versuch's ja ich versuch's einfach mal ich versuch's zurückzukommen einfach mal ja aber wie so der Weg der geht so diese Tür ist das was nicht erpackt vielleicht hab ich nicht aufgepasst aber ich wüsste nicht wie da sollen sie schon absicht so da so an der Kante laufen also dagegen hüpfen bei der linken Kante war nicht ähm die da die da kam ich da kam vielleicht mit gutem Schwung und Schmack ist ein schöner Sprung nein also das haben sie schon so programmiert und auch hier innen entlang kommt sie nicht raus was das wird das da geht doch raus oder das ist die Tür zu diesem Lauf da ist doch der Typ oder ja gewesen das war natürlich kein Leib echt ja eigentlich hm da ist wahrscheinlich in den Abgrund des Todes ja oi scheißig oder das ist doch scheißig ja ein bisschen schon ein bisschen schon oh Gott hast du Bock oder das Problem ist das Problem ist wenn ich jetzt Heimknochen mache ok hab ich die Seelen gesaved kann ein, zwei Mal upgraden und muss den ganzen Scheiß von vorne machen ne geht zum Nebel ja warte wenn ich jetzt zum Nebel gehe sterbe ich dort aber ich muss den ganzen Scheiß trotzdem von vorne machen ja und hab die Seele aber verloren ja dann kannst du den Heimknochen verbritzen ja also ich seh es eigentlich als bessere Möglichkeit ok neun Stück ja da kann man schon ein ja dann mach das mach das es ist ein Scheiß es ist ein Scheiß egal wie es ist also ich find Ebene mega asozial ich weiß nicht warum ja Matula Pimpen auf und dann warst du es für heute erstmal für Dachshaus ja hast kein Bock mehr ja du bist jeden Fallig ja das hast du noch nicht mehr ja das ist sexy ja ne 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 also ich hab's schon echt auf die Fresse bekommen heute also das muss ich so sagen also allein da oben der Typ also also und ich hab ich bin ich find's ich bin immer noch sehr beschämt dass ich es nur mit Hilfe geschafft habe irgendwie das ärgert mich ach schon so das geht jedem mal so vielleicht mal einen tiefer na gut ich bin jetzt mal hier raus ja ich auch ähm ich sag auf jeden Fall herzlich willkommen herzlich danke danke für die Zuschauer und äh liest uns beim nächsten Mal bei Dachshaus ja ciao und bis dann tschau